In der CDU gibt es Überlegungen, das Renteneintrittsalter ab 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln. Das geht aus einem parteiinternen Papier hervor, das uns bei der Welt hier vorliegt. Demnach halten die Christdemokraten eine Anhebung der Regelaltersgrenze für erforderlich, sollte die Lebenserwartung wie prognostiziert weiter ansteigen. Das Konzept sieht vor, für jedes weitere Jahr Lebenserwartung den Rentenbeginn um vier Monate nach hinten zu verschieben. Bislang steigt das Eintrittsalter der gesetzlichen Rente bis 2030 in kleinen Schritten auf 67 Jahre. Die CDU plant außerdem Änderungen bei der privaten Altersvorsorge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017